ja willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute wollte ich eigentlich mal meine geocaches kontrollieren ob da noch alles so ist wie sein soll leider war sehr viel muggel alarm heute und das war ziemlich schwierig da unbemerkt dran zu kommen und auch die kamera ich hatte eigentlich vor gehabt auf dem fahrrad das stativ an der lenker zu machen provisorisch weil ich habe keine halterung für meinen camcorder fürs fahrrad leider hat das alles ein bisschen zu dolle gewackelt würde ich mal sagen es war eigentlich schon ziemlich stabil bloß es war halt auch schotterweg und so also es hat schon ziemlich gewackelt ich werde versuchen irgendwie mal so eine halterung fürs fahrrad zu kriegen für einen camcorder mal sehen ob es da irgendwie was gutes gibt das einmal lenker anpasst ja ich würde sagen die bilder von der kamera tue ich trotzdem einfach mal so weit rein ob das jetzt wackelt oder nicht weil ich habe sonst leider nichts weiter im moment ja wie in dem video aussehen könnt habe ich den himmel gefilmt ein bisschen weil es ist gerade ziemliches unwetter aufgezogen hier habe es auch gerade bis nach hause noch geschafft weil mittlerweile regnet schon war halt ziemlich knapp das ganze mit einer kamera auf dem fahrrad die nicht wasserdicht ist ist das vielleicht nicht so toll wenn man da in so einen platzregen rein gerät gut dann würde ich sagen zeige ich euch erst mal das was ich soweit aufgenommen habe und vielleicht sage ich dann später noch mal was bis dann also So, wir sind jetzt hier und kontrollieren mal meine Geocast. Hier ist viel Muggelalarm, deswegen ein bisschen aufpassen. Ich musste eben schon warten, dass der Fahrradfahrer oder der Fußgänger da weg war. Sieht auch ziemlich aus, als würde heute noch Gewitter kommen. Ja, das sieht nicht gut aus da hinten. Ich muss mich jetzt beeilen, dass ich schnell überprüfe. Und dann nach Hause fahren, schnell. So, mal kurz checken. Ist der Cache noch da? Sieht so gemuggelt aus. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist nämlich der Cache da. Nicht, dass der gefunden wurde oder da rein. Oder da reingefallen ist. Das wäre natürlich überhaupt nicht gut. Oder wenn den irgendwer mitgenommen hat. Ich gehe mal gucken. So, der Geocache ist noch da. Ich habe gerade geguckt. Aber hier zieht Unwetter auch gerade. Und es sieht gleich wirklich gut aus. Nein. Deswegen werde ich gleich umdrehen und nach Hause fahren. Dann muss ich den nämlich morgen kontrollieren, den Cache. Und dann muss ich den Cache. Ich nehme den Cache. Ich nehme alles hin. Ich nehme alles hin. Ich nehme erklären. Einmal supervisors roll. Bis zum nächsten Mal.